Ei, was haben wir denn da, Herr Lucky? Ist das was für dich? Ist das was für dich? Nein, das ist was für Lotti und für Papa. Und für Mama! Nein! 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 Für Mama! Einen wunderschönen guten Tag, Leute! Ihr habt es ja schon mitbekommen, wir drehen hier irgendwas lustiges, komisches, tolles, schönes. Etwas sehr schönes, ich glaube, das habe ich gestern schon erwähnt und bin jetzt gerade in der Garderobe und habe ein bisschen Pause, von daher werde ich erstmal Kaffee trinken und ein bisschen was essen. Bis später! So Freunde, das war Drehtag Nummer 1 und jetzt geht es ab nach Hause und dann geht es am Samstag weiter und ich glaube, es wird sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, ich habe es schon ein ein paar Mal wiederholt, aber ich glaube, es wird sehr, 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 sehr gut. Also gute Nacht und bis morgen!